Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part Pokémon Flora Sky. Wir sind hier in der Wüste auf Route J, meine ich, und haben hier im letzten Part gegen irgend so einen komischen Assi-Heini verloren. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der genau ist. Ich wollte mich hier erstmal oben ein bisschen umgucken. Einfach, weil ich's kann und so, ne? Ihr kennt das ja. So. Hat auch irgendwas, ne? Wüste direkt so neben dem Wasser. Ist klar. Naja, will ich mal nicht so sein, sowas gibt's ja öfter. Nö, gut. Hallo Typ, oh hey, diese Gugel sind zu dir, aber ich denke, sie sehen besser auf mich. Lass uns entscheiden, wer sie sehen besser auf mit dem Spiel. Ja, ne, natürlich, das ist total das gute Argument. Wessen Pokémon stärker sind die, da eben stehen die Brillen besser. Ist klar. Kein Ding. Ah, ich hab immer noch nicht nachgeguckt, was für ein Typ dagegen effektiv ist. Gegen diese Scheiße, Dreck, Giftkacke. Verdammte Scheiße. Kann sich irgendwie so kein Mensch merken. Ich glaube, mit Käfer bin ich da ganz gut dabei. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Glaube. Whatever. Hoffen wir mal, dass das irgendwie wird. So einfach ist das. Also, besiegt kriegen wir den wohl auf jeden Fall. Hoffe ich. Miep. Und dann wird das hoffentlich. Schön, wir leiden beide unterm Sand. Sturm, Keks. So. Ah, mach dich weg. Du bist doof. So, Fury Cutter. Ah, das bringt noch nicht viel. Okay, nicht sehr effektiv. Das ist jetzt scheißig. Ich weiß nicht, was es da bringt. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich nicht. Nicht den leisesten Schimmer. Ja, schwul. Gay. So. Das bringt's auch nicht. Das ist scheiße. Ich glaube, ich werde wieder wechseln. Ja, ist toll. Ähm, und zwar zu... Ich glaube, Rongola ist ja ganz gut. Glaube. Immer noch. Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Und du bist schwul. Warum? Wer nimmt bitte... Gift ist doof eigentlich. Gift ist irgendwie doof. Ist keine Ahnung, gegen was es effektiv ist, aber irgendwie ist es gegen alles effektiv. Und dann gegen nichts ist es schwach und keine Ahnung. Schwuler Scheiße. Ja, ja, ist schön. So. Ja, schön. Eins ansturm. Oh mein Gott. Das ist mir so vain, ey. So. Poison Sting. Das dürfte eigentlich nicht so viel bringen. Ja. Okay. Sehr schön. Oh nein, komm. Nicht im Ernst. Warum muss es sich unbedingt vergiften lassen? Warum? Warum? Wofür? Wieso? Weshalb? I couldn't see what was happening at my sides because of the Goo Goggles. Ja, halt die Fresse. Das ist mir so scheißegal, ey. Geh dich irgendwie, ne? Werf dich am besten in irgendeinen Graben oder sowas und komm nie wieder heraus. So. Ähm. Use. Okay. So, ich weiß, da war dieser eine... Da hab ich gerade so keinen Nerv zu, ehrlich gesagt. Zu irgendwelchen scheiß wilden Pokémon. So gar keinen. So überhaupt gar keinen. Ja, nee. Schön. Freu dich. Ich freu mich jetzt schon, wenn ich auf dieser scheiß Süße raus bin. Oh, nicht im Ernst. Dann auch noch so eine scheiß Nebenfähigkeit. Das ist doch echt schwul. Ah. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. So. Ja, halt die Fresse. Ey, da freu ich mich jetzt schon drauf, ey. Jetzt schon, wenn ich aus dieser scheiß Süße raus bin, ey. Pisst mich so an. Ah, komm. Schneller. Schneller, 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 schneller. Los, 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 los. Ja, schön. Ich mag Kekse. Schneller. Okay, Kritik gehört. Ja, schön. Gut, weiter. So. Nice. Jetzt können wir weitergehen. Genau. Ey, wer hat wieder diese schwule Fähigkeit? Dann kriege ich das Kotzen. Ehrlich. Ja, das ist schön, dass da ein Sandsturm ist. Das ist schön, das ist echt schön. Kauf dir einen Keks. Boah. Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, ey, das Ding ist so schwul. Das ist so schwul, ey. Dann brauchst du irgendwie Aufmerksamkeit oder sowas. Ach, komm, Alter. Nicht im Ernst. Seit wann hat das diese verdammt schwule Fähigkeit? Ernsthaft. Ich könnte kotzen. Ehrlich. Nee, ich will das Ding nicht leveln. Ich will einfach weiterkommen. Verdammt. Das nervt. Hallo? Ey, das... Boah. Seit wann hat dieses olle Scheißding so eine scheißschwule Fähigkeit? Boah. Ernsthaft. Ich kriege das Kotzen. Ja, halt die Fresse. Ist mir scheißegal. Ist mir so scheißegal. Boah, ey, ernsthaft. Ernsthaft. Muss das sein. Muss das sein. Ja, schön. Toll. Kauf dir einen Keks. Ehrlich. Boah. Ey, kriegst du doch echt das... Boah. Ey, ich muss mich gleich übergeben, weil... Wenn du das schon siehst, hallo? Hi, Camero. Hallo, this is Jerry. Ich will nicht. I tried battling another trainer, but I lost. I was really disappointing. Well, see you again. Nein, ich brauche keine Aufmerksamkeit. Nein. Wie kommst du da drauf? Who might you be? Äh, are you perhaps searching for the Hippodentemple? Nein, den suche ich nicht. Ich will dich einfach nur. Ich muss dir direkt eins mitten in die Fresse schlagen. Sofort. Da habe ich ein Bedürfnis einfach zu. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob du das irgendwie kennst oder sowas. Aber das habe ich gerade. Aber erstmal... Ich haue erstmal mit Sneeble ein wenig rein. Es vergräbt sich. Wie schwul ist das? Wie schwul. Die haben echt scheiß Fähigkeiten in letzter Zeit. Die haben in letzter Zeit echt schwule Fähigkeiten. So, mal sehen. Habe ich irgendwas, was ich heilen muss? Irgendwas, whatever. Ich weiß, dass ich schneller bin. Von daher. Ja, los, komm. Gebe ich Troublesch eine Beere oder sowas. Irgendwie eine Owenberry oder sowas. Hat es jetzt nicht so weit gebracht, aber komm. Scheiß drauf. Sinnvoller, als da daneben zu hauen. Alter! Are you kidding me? Ich wechsle das Pokémon. Macht dir nichts draus. Hau es einfach komplett um. Kein Ding. Macht nichts. Mit einem Schlag. Das passt schon. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich irgendwie... Ne? Logik. Irgendwie sowas. Bringt's echt. So, kann ich meine eigenen Werte irgendwie hochhauen? Tackle rein. Weip, Box, Smash. Nö, das bringt alles nichts. Benutze ich ja mal Tackle. Gut. So. Alter, wie viel haut diese Attacke rein? Hallo? Ey, das ist verdammt heftig. Hallo? Das ist verdammt heftig. Super effektiv. Ja, schön. Mach. Weg. 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 Also, das muss man sich jetzt echt vorstellen. Wie ich da hinkomme und diesem scheiß Drillbohr und diesem scheiß Sandsturm eine verdammte Bugpfeife, eine richtige Schelle verpasse. So fühle ich mich jedenfalls gerade. Das würde ich jetzt richtig gerne machen, ey. Just saying. Ah, komm, ernsthaft. Wollen wir uns mal wieder heilen, während der sich versteckt, weil er nichts Besseres zu tun hat? Gut. Okay. Wie diese Attacke reinhaut. Hallo? Das ist ein verdammter... Der vergräbt sich und gräbt sich dann wieder aus. Das ist... Hallo? Ey, wie doll kann das schon wehtun? Hallo? Willst du mich verarschen? Aufs Maul, ey. Aber so richtig. Ach. Gott. Scheiß Gegner. Echt? Scheiß Gegner. Da ist dieses scheiß Bronzer. Ähm. Yes. Und zwar zu Baskulin. Und der macht einen Aqua Knach und dann ist das Ding sofort hoffentlich weg, ey. So schnell wie möglich. Ich meine, dass es sehr effektiv war und ansonsten habe ich jetzt echt eine scheiß Karte gezogen. Naja, wirklich so schwul ist eine gute Idee. Wayne, 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 Wayne. Wayne, Wayne, Wayne. Water Gun, los. Das ist doch gar... Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach leben. Lass mich einfach leben. Junge, bitte lass mich einfach leben. Lass mich einfach leben. Lass mich einfach in Ruhe. Bitte. Geh irgendwo hin. Setz dich in eine Ecke und entweder du weinst hat er den Rest des Lebens oder du erschießt dich einfach sofort. Werde mir auch recht. Ob ich irgendwas vielleicht gegen Schlafen oder sowas. Warte. Paralyse Awakens. Use. Ah, ey. Scheiß Gegner. Mit dem muss ich da jetzt durchkommen. Eindeutig. Sonst, äh, ne. Das andere, das krieg ich auch irgendwie down, aber das hier nicht. Water Gun, los. Och, komm. Ja, ey, dieser scheiß Sandsturm. Kann man das nicht irgendwie mal wegmachen oder sowas? Es kotzt mich echt an. Oh. Weg. Ich hasse diese scheiß Psycho-Pokémon, die andauernd irgendwelche schönen, tollen Sachen benutzen müssen, ey. Ich krieg's kotzen. Ehrlich. So. Och nein. Alter, ernsthaft. Ey, nicht im Ernst, ey. Wieso schläfert... Ey, die kriegen... Pah. Verdammt. Ah. Noch eine. Na super. Die letzte. Na toll. Curse. Ja, das ist... Nein, das ist nicht gut. Das ist auf keinen Fall gut. Wobei, Water Gun ist, glaube ich, spezial, oder? Problem ist bloß wegen seinem Angriff. Ich hoffe mal, dass ich's jetzt in dieser Runde down kriege. Na, da will ich nicht hin. Los. Ach nee. Alter, nicht im Ernst, Junge. Ey, es benutzt Curse, damit seine Defensiv- und seine Angriffswert hochgeht. Und was benutzt er? Einschläfern. Hallo? Nein, komm, wir greifen das nicht an. Kein... Nein, das ist eine Scheiß-Idee. Total. Ey, ich krieg's gleich, ey. Deforced, Restores, Restores, Heals Confusion. Ne. Mechse-Punkman-Friendly-But-Lower-Space-AP. Aha. Interessant. Naja. Hoffen wir mal, dass wir das irgendwie überleben und der nicht irgendwie sich auf die Scheiß-Idee kommt, das Ding zu heilen, ey. Weg. Super. Fick dich auch. Ich hasse dich auch, ja. Ich hasse dich auch. Du bist schwul. Du bist verdammt schwul. Du bist so schwul. Äh. Komm. 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 Weg. Schwul. Äh. Probieren was mit Sneeble einfach. Es gibt dann ordentlich EP und sowas alles. So. Scratch, komm. Ja, not very effective, aber es ist weg. Es ist verdammt nochmal weg. Okay, Level 18. Nice. Ja, Mask. Genau, das war er jetzt noch. Ähm. Ja, wir wechseln. So, das Wort Loon, weil es einfach das, die Kante überhaupt ist. Und das Ding jetzt einfach umhaut. So schnell wie möglich. Ganz, ganz einfach. So. Ah, herrlich. Herrlich. Okay, ja, schön. Wayne. Ach. Jetzt machen wir. Waserleaf. Okay. Ja, das geht schon irgendwie. Willowist, was warst du noch? Die fand ich früher sau cool irgendwie. Verbrennt nur. Okay. Ah, das ist gefährlich jetzt. Das ist jetzt echt gefährlich für mich. Brennen und Sandsturm und dann noch der Gegner. Habe ich irgendwas gegen brennend? Gucken wir mal von oben. Äh, Paralyse, Gift. Ja, hier. Okay. Mean Look. Ja, das ist mir relativ. Tief. So. Nein. 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 Da nicht hin. Waserleaf, los. Und es muss daneben gehen. Na, nee. Ja, nee. Ist klar, Junge. Ist klar. Ah. Gott. Scheißgegner. Ehrlich. Scheißgegner. Alles Scheißgegner. Von oben bis unten. Alle zusammen. Scheißgegner. Ja, nee. Ist toll. Voll den Keks, ey. Los. Das Haus gefälligst um, ey. Boah. Geht doch. So. Oh, du das graceful setback. Halt die Fresse, ey. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal hier so den Kämpfer. Charakter spielen und dem richtig direkt eins aufs Maul hauen. Direkt in die Fresse. Einfach nur, weil er scheiße ist. Scheiße und schwul. So, ähm, ich beende den Part hier, würde ich sagen. Warte mal, das Item, das heben wir noch einem auf. Yay, Stardust. Schön. Gut. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon. Flora Sky. Ich hab mich nur gedreht, verdammt. Ich hab mich nur gedreht, verdammt. Lass mich in Ruhe. Och, nö. Och, nö. Ja, das ist schön, dass da ein Sandsturm ist. Ich will hier raus. Ich mag's hier nicht. Die Leute sind böse. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.